Dieser Ford Grand C-Max steht hier zum Verkauf. Der braune Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 21.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl, bester Preis